Macht mit beim Umweltkreativpreis 2020. Wir sind für euch heute auf dem Brocken unterwegs und schauen uns die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt einmal genauer an. Was uns allerdings auffällt, sind die vielen abgestorbenen Bäume. Wäre das nicht ein interessantes Thema für euch? Macht also mit! Weitere Infos findet ihr unter www.umweltkreativpreis.de www.umweltkreativpreis.de www.umweltkreativpreis.de